Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast ist heute Günei Yoko-Chu. Er ist Verkaufstrainer und Inhaber von Pandemic Sales Coaching. Mit ihm sprechen wir heute über die Chancen und Herausforderungen bei der Weiterbildung von Vertriebsmitarbeitern. Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Lieber Herr Yoko-Chu, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, absolut. Schönen Dank. Sie sind Verkaufstrainer und Vertriebscoach. Und ich glaube, lange Jahre haben Sie selber im Vertrieb gearbeitet, auf sämtlichen verschiedenen Positionen. Und ich glaube, Sie waren richtig erfolgreich auch im Verkauf. Wie kam das denn, dass Sie sich als Coach selbstständig gemacht haben? Das ist eine lange Geschichte. Die Zeit haben wir ja natürlich nicht. Aber ein kurzer Einklang. Ich habe angefangen natürlich im Verkauf, dadurch, dass ich selber selbstständig geworden bin, im Tourismus. Ich habe eigentlich Industrie-Design studiert, meinen Master gemacht und habe im Yacht-Design tatsächlich angefangen. Ja, und da gab es dann Schnittpunkte zum Verkauf, weil es damals niemanden gab, der die 3D-Projekte visualisieren und gleichzeitig auch erklären konnte. Und so musste ich dann auch im Verkauf sozusagen die ganze Geschichte präsentieren. Das ist mir dann auch sehr gut gelungen mit einer 16-Millionen-Euro-Yacht. Da hatte ich dann meinen ersten Erfolg, meinen ersten Verkauf sozusagen. Aber ich war natürlich damals so jung und dumm und hatte von Tut und Blasen gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Es war eher Zufall. Was ich gut gemacht hatte, war, dass ich mich auf einfach die Materie konzentriert habe und auf die Wünsche des Kunden. Das hat damals schon sehr viel Vertrauen geschaffen. Und meine Devise ist ja auch immer, Vertrauen ist gleich verkaufen. Und das habe ich dann später ausgelebt. Ich habe dann mit Design aufgehört, weil ich halt vor dieser Box nicht mehr sitzen wollte vor dem Computer. Ich verstehe die Kids heutzutage auch nicht, dass sie 25 Stunden vor Instagram sitzen. Ich kann das gar nicht mehr, weil damals habe ich wirklich mit dem Computer 12, 14 Stunden pro Tag arbeiten müssen. Und dann war irgendwann der Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich will das wahre Leben kennenlernen. Ich war auch viel zu kommunikativ, um es halt an mir vorbeistreichen zu lassen. Und dann habe ich Kontakte geknüpft zu Leuten, die im Tourismus waren und habe tatsächlich als Tourguide angefangen. Was ganz anderes. Und das war auch eigentlich so eine Urlaubsgeschichte, weil ich habe viel Geld gemacht mit dem Yacht-Design. Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt mal ein Jahr das Sabbatical. Und habe dann auf Touren von Freunden mitgemacht, die tatsächlich auch noch in der Tourismuskammer als Vorstand in der Tourguidekammer waren. Und die haben gesagt, du bist ein super Tourguide, du machst das super genial. Und wissen Sie, ein Tourguide, der verkauft dann auf seinen Touren dann auch die nächste Tour oder andere Geschichten. Und wir kennen das ja als Deutsch-Touristen, wenn wir dann in der Türkei sind zum Beispiel. Und in Istanbul war ich dann halt auch. Dass dann halt die Tourguiden natürlich noch bestimmte Deals haben mit irgendwelchen Schmuckhändlern oder Teppichhändlern, beziehungsweise die Agenturen. Und da ging es nur um zu verkaufen. Und die Touristen wussten es, wir wussten es, es wurde auch offen kommuniziert. Aber es war halt einfach genial, es hat Spaß gemacht. Und es ging mir auch nicht so irgendwie darum, zu verkaufen. Ich glaube, deswegen war das halt auch irgendwann, dass ich gemerkt habe, Verkaufen liegt in meiner DNA. Weil es so natürlich ist für mich, Vertrauen zu schaffen, nochmal, dass das Verkaufen dann halt auch immer geklappt hat. Ich glaube, das ist auch die beste Herangehensweise. Das, was am besten verkauft, bist du. Dass du authentisch bist. Und dass du halt nicht viel drumherum redest, rumplaberst und so tust, als müsste ein Deal draus geschehen. Und ich glaube, das machen viele Leute draußen falsch, dass sie halt wirklich versuchen, etwas zu verkaufen, was jemand vielleicht gar nicht braucht und gar nicht will. Weil Bedarf ist so eine Sache. Niemand kauft was bei Bedarf. Also deswegen sage ich aber immer, wenn jemand sagt, kein Bedarf, dann sage ich immer, an Bedarf können wir arbeiten, wollen Sie denn? Und das ist dann meistens auch der Knackpunkt, wo sie dann trotzdem das Gespräch zulassen. Und so war das dann halt. Da habe ich mich dann ausgelebt. Und ja, Tourguiding ist auch in der Türkei ein bisschen anders angesehen, weil hier machen das ja Studenten und hat jetzt eine gewisse Elite, hat jetzt einen gewissen Industriestandard. Aber dort drüben ist das schon Industriestandard seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Weiß ich nicht. Weil die haben halt auch nochmal 10.000 Jahre Geschichte und mehr Tempel, griechische Tempel als in Griechenland, habe ich mir sagen lassen. Ich war auf dem Gürtel-Gymnal, weil die Latein und Griechischen deswegen nach Fertilität zu. Und auch auf Studienfahrt in Griechenland habe ich eigentlich diese Sachen geliebt. Und das hat mir dabei verholfen, auch erfolgreich zu werden. Ja, und tatsächlich habe ich mich dann selbstständig gemacht. Als Tourguide habe ich dann das Staatsexamen gemacht, als Information Manager, also Informationsmanagement. Und dann die Tourguide-Lizenz bekommen. In der Türkei ist es so, dass du eine Agentur nur gründen kannst, wenn du eine Tourguiding-License hast. Also es muss immer einer dabei sein, der Tourguide ist, weil das halt ein bestimmter Qualitätsstandard ist. Und auch auf ein Universitätsniveau natürlich. Ja, nicht wie hier. Und dann war ich halt drin in dem Game und habe natürlich meinen ersten Auftrag an Land ziehen wollen. Und das Interessante war, dass ich dafür wirklich in Istanbul von Tür zu Tür gegangen bin mit damals noch einem Mentor von mir, Salih Çave, dem ich unglaublich dankbar bin, der mich natürlich zu Leuten geschickt hat, die er kannte. Aber selbst da habe ich keinen Auftrag gekriegt. Also ich bin dann, von 1500 Agenturen waren es, glaube ich, 50 Top. Und die 50 Top bin ich dann am Schluss mehrmals angegangen. Aber die 1500 habe ich wirklich abgegrast. Also wer jetzt sagt, er ist im Verkauf fleißig, der darf darauf nochmal gucken. Und erst mal hatte ich absolut Spaß dabei. Und zweitens brauchte ich Geld, ganz einfach. Und Sachen wie Angst und so weiter, da sage ich immer, ist Angst das Luxus, die hatte ich gar nicht damals. Weil ich war, hatte langsam das Geld, was ich im Design verdient hatte, verprasst. Und plötzlich war ich an der Schwelle, wo ich sagte, entweder ich brauche einen Job oder ich mache mich jetzt wirklich mit meiner Selbstständigkeit erfolgreich. Und mir alle diese Türen wirklich abklappern gegangen. Und ich dann muss groß, die Westgrenze von Ostgrenze ist 100 Kilometer. Und so habe ich das einmal gemacht, habe natürlich die Türen zugeschlagen bekommen. Habe ich gesagt, nee, ich gebe nicht auf. Ich mache es das zweite Mal. Auch viele Türen zugeschlagen bekommen. Und dann hatte ich mal kurz eine halbe Tour von jemandem, den halt der Herr Schale kannte, bekommen. Und der meinte, verbock's nicht. Das wäre deine letzte Chance. Ich habe es nicht verbockt. Dadurch haben sich Volker Aufträge entwickelt. Aber den eigentlichen Erfolg für mich hatte ich, als ich wirklich zum dritten Mal bei einer Agentur vorbeigegangen bin. Und der Mann macht die Tür auf und sagt, du bist schon wieder hier. Und ich sagte, ja, entschuldigen Sie, Herr Mehmet, aber kann ja sein, dass vielleicht jemand krank ist oder vielleicht gestorben. Und vielleicht könnte ich einspringen. Und er meinte, hier ist niemand krank oder gestorben. Man muss schon lachen. Und dann meinte er halt zu der Sekretär, mach dem Jungen mal einen Kaffee. Und wir haben uns hingesetzt und meinte, pass auf, ich habe jetzt eine Tür und tatsächlich ist mein Guide jetzt so überfordert, dass ich die geben werde, aber auch nicht alleine, sondern mit ihm zusammen. Verboxen war es das. Ich so, okay, kein Problem, machen wir. Habe es erfolgreich gemacht. Und tatsächlich in den Folgejahren wurde ich dann von 51 Agenturen tatsächlich immer regelmäßig gebucht. Also hat sich ihr Fleiß bezahlt. Richtig. Und jetzt die Ausdauer auch zum Weiteren geführt. Ja, genau. Und Verkauf ist halt auch immer Beständigkeit. Und dann hat sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ich habe dann einen eigenen Kunden schon mal aufgebaut. Ich habe online verkauft. Und die müssen sich das vorstellen, damals online verkaufen. Wir waren in den Anfängen von Google, nicht wahr? Also viele Leute respektieren die Tourismusbranche nicht so, wie man es sollte, meiner Meinung nach. Aber die Tourismusbranche war wirklich der Vorreiter im Internetbusiness, weil es hat mit Buchungen angefangen. Flugticketbuchungen und Reisebuchungen, dass Leute Vertrauen gefasst haben, über Internet zu shoppen. Und wir waren wirklich dort in den Anfängen und haben auch die Google-Seminare besucht und so weiter. Also wir haben mit den ganzen Algorithmen schon bekannt, wo viele noch dachten, Google sind Brillen. Und das lief halt nur damals anders ab. Wir hatten kein Mailchen und keine GroupMail-Programme oder keine Ahnung, Hubspot und so weiter und so fort. Sondern wir haben, ich weiß noch, dass ich für eine Tour 25 E-Mails geschrieben habe. Erstmal angeschrieben, dann keine Antwort. Noch mal angeschrieben, wieder keine Antwort. Drittes Mal angeschrieben, nachtelefoniert nach Amerika. In ein Land, was auch noch prädestiniert ist als Terrorismusland und so weiter und so fort. Und dann mit denen über das Telefon, der ich dann kompliziert habe, haben sie denn meine Mail gelesen? Nein. Okay, das ist die 367, die sie bekommen haben. Schauen Sie mal weiter runter. Es kreuzt es, es kreuzt es. Und dann haben sie sich diese Mail dann tatsächlich durchgeschaut. Dann haben sie sich am Telefon behalten. Und sie haben gesagt, das war unheimlich teuer damals noch. Und dann haben wir Geld zu tun. Schauen Sie mal, pass auf, das biete ich an. Und probieren Sie mich aus. Wir haben mal halb des Preises, gar kein Problem. Angebot gemacht, was sie nicht ausschlagen konnten. Dann meinten die meistens, die Agenturen, ja, wir werden dann halt mal kommen, in die Türkei-Inspection, da werden wir dich auch mal kennen. Dann habe ich gesagt, ah, kein Problem. Und Einzelpersonen habe ich dann halt über das Internet gefunden. Und auch mit den Anfängen von TripAdvisor und Wighter. Und das hat dann ja irgendwann überhand genommen. Get Your Guide weiter, Hotelbeds, wie war es da? Und die haben dann im Endeffekt mehr Geld gemacht, als die, die die Tour gemacht haben. Und das war dann nicht mehr so profitabel. Das hat sich alles rasant entwickelt in zehn Jahren. Aber ich habe gemerkt halt, dass ich dann ein absoluter Verkaufsprofi geworden bin. Und nicht nur auf der Straße, am Telefon, Door-to-Door, Tür-zu-Tür, sondern auch online. Und dieses virtuelle Verkaufen, was jetzt immer als neue Verkaufsart verkauft wird, es tut mir leid, ich muss da immer lachen. Weil wenn wir schon das Medium hervorheben müssen, um zu sagen, was für gute Verkäufer wir sind, dann stimmt da was nicht. Das ist meine Meinung. Weil ein normaler, guter Verkäufer, der muss sein Medium kennen. Und wenn er es nicht kennt, lernt er es binnen ein, zwei Wochen. Und verkaufen ist das Ganze. Und das Verkaufen ist die Strategie dahinter, das Auftreten, das Versprechen, das Liefern und viele, viele andere Sachen. Und Sie arbeiten jetzt unter der Marke Pandemic Sales Coaching. Also ausgerechnet Pandemie und Verkauf. Wie findet sich das? Erstmal ist es in der Pandemie entstanden. Mein Zugrück-Werdegang war ja dann so, dass ich halt auch Einzelunternehmer dort war. Und dann hat mich damals eine amerikanische Firma gefunden und mich zum Country Manager genannt. Und dann wurde das Ganze global. In 21 Ländern, nee, in sieben Ländern und 21 Städten haben wir dann operiert. Und ich war halt der Country Manager von der Türkei. Dadurch hatte ich natürlich unternehmische Erfahrung. Die Firma selber hatte 144 Angestellte vor Ort. Global dann 1296. Es ist rasant, hat sich das nicht gewirkt. Nur allein, weil wir auf diesem Internet-Train waren. Weil wir da aufgesprungen sind, zur richtigen Zeit. Dann kamen aber die Ereignisse vom 15. Juli 2016, glaube ich. Und in der Türkei gab es halt militärischen Butch. Und ich sah in einer Woche, saß ich am Computer und sah nur die 80.000 Buchungen so weg. Wegcanceln. Ja, es wurde alles gecancelt. Das tut weh, ja. Ja, klar. Ich habe mir einen Lebensgrundlage verloren. Ich habe bis dahin ganz gut verdient, sage ich mal. Und mit einem Tag auf dem anderen war es weg. Und ab da wurde der Tourismus auch nicht mehr so gut in der Türkei leider. Kann man nichts machen. Wir haben alles richtig gemacht. Wir waren im ersten Jahr even. Wir haben gerockt. Ohne Ende. Das hätte in Millionen gehen können. Company-wide ist es ja dann auch gekommen. Und dann später habe ich dann halt wirklich gesagt, okay, in der Türkei wird es nicht mehr. Und bis heute hat es sich jetzt gerade mal so langsam wieder gefasst. Nicht wirklich erholt. Nicht wirklich erholt. War eine richtige Entscheidung. Ich bin nach Italien gegangen und dann nach Deutschland. Und habe dann, meine Mutter ist gestorben in der Zwischenzeit. Also in Italien habe ich der Firma noch geholfen als Operation Manager. Dann habe ich meine Mutter verloren. Und das war so der Einstück, wo ich dann gesagt habe, Tourismus, das ist jetzt nichts mehr für mich. Ich habe jetzt auch irgendwie 42 Länder besucht, 170 Städte gesehen. Jetzt möchte ich Fuß fassen, ne, irgendwann. Ne, das war es nicht. Ich habe das Business gemeistert einfach. Es hatte keine Herausforderung. Ich war nicht mehr so motiviert. Weil ich brauche immer Herausforderungen als Verkäufer und auch als Unternehmer meiner Meinung nach. Ist das das A und O, was ein Unternehmen antreibt. Und was auch ein Unternehmen antreibt. Und wenn du irgendwann merkst, du kannst alles in diesem Business und es geht nur noch um Zahlen, zumindest geht es mir so, dann kann man auch weiter hochschrauben. Ja, okay, aber das ist halt nicht der Sinn für mich. Dann ist der Reiz für sie nicht mehr so da. Ne, für mich ist Adrenalin wichtiger als Geld. Und dann ist meine Mutter bestaucht und habe mich hierhergekommen und habe dann halt erst mal von Null wieder anfangen müssen und habe dann irgendeinen Job genommen. Das ist dann auch ganz gut gegangen. Bei dem anderen auch noch. Bei dem Dritten auch noch. Und da habe ich gesagt, okay, hey, Moment, also irgendwie ist das alles sehr limitiert und ich muss mich wieder selbstständig machen, weil ich habe Verkaufen in der DNA und ich möchte das halt den Leuten auch wirklich, wirklich näher bringen und mit anderen Annalinen. Jetzt ist der Markt aber von Vertriebsleitern in Deutschland doch sehr gesättigt und das Angebot im Grunde genommen nahezu unüberschaubar. Was macht denn für Sie jetzt als Profi einen wirklich guten Verkäufer aus und woran erkennt man einfach auch die schlechten Kaufstrainer? Da kommen wir nochmal zum Namen. Pandemic Sales Coaching ist ein Steinbinder der Pandemie, aber das ist nicht der Grund, warum ich es das bin genannt habe. Sondern ich sehe ja viele Märkte und ich habe ja global agiert. Ich habe ja auch in Amerika ein Jahr gelebt und dann in Paris und in Rom mitgeholfen, beim Unternehmen die neuen Touren zu implementieren und das Business aufzubauen. In New York habe ich gelebt, dort habe ich auch Sales Trainings gemacht, in der Firma auch in Rom. Also Sales Trainings für die türkische Abteilung sozusagen in der Türkei dann, aber von dort. Und dann habe ich bemerkt, dass der Markt sich eigentlich immer, immer entwickelt. Und es gibt bestimmte Strategien, die werden aufgegriffen von mehreren Plänen und irgendwann funktionieren die nicht mehr. Das ist genau wie ein Virus, ein Virus, der sich weiterentwickeln muss. Und dann kommt nämlich die Impfung und alle sind übersättigt und geimpft. Und bei der Pandemie ist es ja ähnlich. Und deswegen sehe ich Pandemic Sales Coaching als Pandemie. Denn wenn die Impfung da ist, dann entwickelt sich der Virus weiter. Und wir haben zum Beispiel jetzt wieder auf dem Markt so eine Übersättigung. Fünf Jahre ging es super gut mit den Marketing-Automaterialisierungen oder sage ich mal zehn. Davor war Google SEO und Content-Marketing das Auto. Und jetzt sind die Leute auch schon wieder übersättigt und sagen sich, die Wechsel-Weibrate ist um 20 Prozent gestiegen. Und das ist jetzt wieder die Chance fürs Sales. Ja, das goldene Zeitalter des Sales ist wieder da. Persönlich Kontakt wird mehr gefordert. Der Kunde will sich nicht mehr durch den Funnel durchlesen. Er will keine Chatbox haben. Er will kein Hilflexikon. Wieder jemand von Mensch zu Mensch. Ja, er will auch nicht mehr so viel arbeiten für die Firma. Ich meine, die zahlen ja für den Service und plötzlich müssen sie alles selber machen. Sie müssen sich durch ein Hilflexikon, wenn ein Problem da ist, müssen sie durch ein Hilflexikon bis zum Ende durchlesen. Und irgendwann steht da dann die Hotline-Nummer endlich nach zwei Tagen und sagt, wie rufen Sie in zwei Tagen an? Das sind vier Tage, um ein Problem zu lösen. Und wenn man dann dran ist, wird man rausgeschmissen. Ja, oder jemand aus Canterbury oder aus Timbuktu oder aus Indien ruft an, wo die Kommunikation dann nicht ganz stimmt, weil da auch noch Englisch ist. Und da haben Sie angesetzt. Und da habe ich angesetzt. Da habe ich gesagt, hey, Moment, die Leute wollen das Sales wieder haben. Die wollen den persönlichen Kontakt, die wollen jemanden, eine Express-Hotline, die ausobt beim Funnel im Interessenbereich schon. Wenn man ihnen eine Möglichkeit für eine Express-Hotline gibt, dann wird jetzt jeder, jeder Dritte würde jetzt sagen, ja bitte, ich habe keine Lust mehr. Und wird sagen, okay, ruf mich an, wir reden darüber. Ich habe die Lösung zu deinem Problem. Ich bin auch keine Nervbacke. Und das ist nämlich das, warum die Leute auch diese Automatisierung und das Screening verschoben worden sind. Und das Cold Calling ist den Leuten so sehr auf die Nerven gegangen früher, irgendwann mal, weil halt dann eine Menge, die Qualität nicht so gut war, weil eine Menge falsch gemacht wurde von vielen Verkäufern, weil sie nicht wussten, was Verkaufen ist. Dass dann halt die Leute irgendwann gesagt haben, okay, ich will mich hinter meinem Bildschirm verstecken und besser ist, dass ich lesen will durch, weil das nervt mich. Aber man kann es auch richtig machen. Und ich sage jetzt nicht, dass virtuelles Verkaufen oder E-Mail-Verkaufen schlecht ist. Es muss jetzt eine Mischung geschehen. Es muss alles auf allen Kanälen verkauft werden. Und auch Cold Calling immer noch. Und Cold Calling aber richtig, höflich, respektvoll und nicht, hey, ich nervte dich jetzt dreimal am Tag und du musst doch. Und deswegen ist es auch verbunden mit dem Namen. Pandemic Sales ist eine Art Weiterentwicklung. Ich entwickle mich immer weiter und Trainer sollten sich immer weiterentwickeln. Und deswegen sehe ich auch keine Trainer als irgendwelche Konkurrenz. Und da können noch so viele Trainer da draußen sein. Ich sehe mich immer selber als Wettbewerb. Ich bin der Einzige, der seine Qualität verbessern kann. Und ich schaue in den Spiegel am Ende des Tages und sage, okay, hey, wenn ich die beste Version meines Selbst bin, und das jeden Tag, dann kann kommen, wer will. Ich kenne da keine Konkurrenz. Und vor allem ist in Konkurrenz auch immer etwas Gutes. Das belebt den Markt und nicht jeder Kunde passt zu jedem. Ich nehme ja auch nicht jeden Kunden. Und Sie werden ja in der Regel von den Unternehmen gebucht, um die Vertriebsteams zum Beispiel weiterzubilden. Und in welchen Formaten bieten Sie denn jetzt Ihre Trainings an? Ja, natürlich in Corona war das ein bisschen mit Online-Trainings verbunden, was auch genauso gut funktioniert wie mit Präsenz-Trainings. Gruppentrainings online finde ich ein bisschen schwach, weil man kann nicht sofort reagieren. Man hat dann auch eine Chatbox oder man muss reden und die anderen müssen warten zum Beispiel. Man kann nicht einen Termin vereinbaren und sagen, pass mal auf, wir machen das später nochmal. Könnte man aber, man denkt nicht dran, weil man die ganze Zeit halt die anderen auch noch glücklich machen muss. Also meine Trainings sind eine Mischung zwischen Präsenz-Trainings, Online-Trainings, Feedback-Calls und vor allem persönlichem Training, bei dem auf die Leute auch einzeln eingegangen wird. Ich finde nämlich, nach der Maxwell-Theorie dauert es ungefähr 21 Tage, dass jemand sein Verhalten ändert. Das ist ja Geschichte. Das London Institute of Economy hat schon längst herausgefunden, bei einer Studie von Business war ja zum Beispiel eine Firma von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, da gab es Befragung von 6.000 Leuten, dass im Vertrieb viel Zeit verplempert wird, zum Beispiel mit KPIs und keiner zum Arbeiten kommt, Nummer eins. Nummer zwei, das London Institute of Economy sagt, dass eine Verhaltensweise erst in 60 bis 80 Tagen, wenn nicht sogar 90 Tagen, sich bei den Menschen ändern kann. Und da muss natürlich dann halt auch wirklich mehr daran gearbeitet werden. So ein drei-Tage-Vertriebsring kann eine Menge wirken, aber es ist klar, dass das Nächste gebucht werden muss. Also begleiten Sie dann auch Ihre Teams langfristig, wenn ich das jetzt so höre? Das ist eigentlich das Ziel. Und wer wirklich weiß, dass sich so ein Training grundauf ständig verändern kann und dadurch für bessere Ziele sind, der finanziert und investiert auch gerne. Denn im Endeffekt hat er einen Impact, ein zehnfaches Impact von dem, was er mit einem drei-Tage-Verkaufstraining macht, wo die Leute so mal lau berieselt werden. Ich sage nicht, dass drei-Tage-Training auch effektiv sein können. Ja, klar. Aber sie werden auf jeden Fall nicht für grundsätzlich... Zumindest ist es ein Grundstein, glaube ich, den man auf jeden Fall mal setzen kann. Genau. Was aber auch Fakt ist, ist, glaube ich, dass viele jetzt nicht unbedingt Coachings und Trainings über alle Maße lieben. Stoßen Sie denn so in Ihrem Alltag auch an den einen oder anderen Widerstand? Ja, vor allem mit dem Namen meines ganzen Sales Coachings. Sie nennen es ja Power Sales Mentoring. Und das beinhaltet halt auch, dass ich wirklich Impact auf die Leute habe und mit ihnen halt 60, 90 Tage dann zusammenarbeite. Im besten Falle. Ich kann auch kurz gebucht werden, gar kein Problem. Hat auch hohen Erfolg, aber halt nicht den wirklich bleibenden Erfolg, den sich die Firmen wünschen. Und wenn ich in diesem Power Sales Mentoring die Leute an ihre Grenzen treibe und mich selber auch, dann verstehen sie meist, was da wirklich bei rauskommt. Und das Interessante ist, ich habe tatsächlich jetzt wirklich Erfolg gehabt, wo die Leute sich um 300% geändert haben. Das ist schon eine Nummer. Und das kann ich auch nur so machen, weil ich selber die ganzen Prozesse durchgemacht habe. Ich war selber ein guter Verkäufer, bin es immer noch. Da draußen gibt es eine Menge gute Verkäufer, Vertriebstrainer. Ich würde mich mit denen auf der Straße challengen. Und ich würde ihnen sagen, ich würde zu 90% wahrscheinlich besser sein. Das kann ich mir sogar vorstellen. Ja, weil ich einfach aus einer ganz anderen Geschichte komme, wie gesagt, Angst des Luxus für mich gewesen. Und das ist halt ein bisschen vergessen gerade auch geraten. Und die Leute haben halt wirklich, das ist eine lange Zeit sehr gut gehabt und haben dadurch auch weniger Ziel und Wünsche entwickelt. Weil wenn du satt bist, was kann man dir dann noch geben? Und wenn du hungrig bist, dann hast du eine Menge zu entdecken. Das sind dann die Widerstände, auf die ich jetzt hinaus wollte. Also wenn sie sagen, also sie stoßen schon auf die Widerstände, vielleicht auch eine Form von Widerstände, von Bequemlichkeit oder eben dieses Power-Selling ist dann teilweise überfordert. Ja, und vor allem hat auch der Verkauf leider einen schlechten Beruf bekommen. Und zwar durch viele Leute, die dann nicht mehr zum Verkaufen stehen. Die sagen, wir beraten. Ein Verkäufer berät immer. Das ist absoluter Quatsch. Wir verkaufen nicht, weil wir sind eigentlich nur Berater. Wir stehen ihnen zur Verfügung. Ach so. Und euer Chef will am Ende des Tages keinen Euro auf dem Konto haben. Deswegen ist mein Leidsatz ja immer auch, content is king, distribution is Caesar oder King Kong und conversion is a necessity. Am Ende des Tages muss das alles konvertiert werden und da setzt der Sales wieder ein. Das ist das goldene Zeital der Sales wieder. Weil es wurde langzeit nur wirklich distributed und nur created, aber die Konversion kommt nicht. Und dazu brauchst du halt wirklich effektiv jemanden, der es auch will, der Hunger hat. Und wenn der Hunger flöten geht bei den Mitarbeitern. Aus welchen Gründen auch immer. Ob jetzt andere Sachen wichtiger wollen, kein Haus mehr kaufen, kein Auto mehr kaufen. Ist doch völlig egal. Dann geben die den Leuten halt das Falsche. Es sind nicht die Kicker und die Kaffeeautomaten, die sie in den Firmen wollen, sondern es sind die Träume, die sie verwirklichen wollen. Es ist Cash. Die wollen Geld haben. Die wollen keine BAV, eine Betriebsversicherung für Altersvente haben. Die wollen wirklich leben. Die neue Generation tickt ganz anders. Sie tickt ein bisschen so, wie wir noch getickt haben, als wir an der Uni waren. Aber die ticken halt im Arbeitsleben. Und das zu begreifen, das ist halt wirklich so ein Widerstand, auf den ich treffe. Bei älteren Leuten, bei jungen Startups ist es so der Widerstand zu sagen, okay, hey, für die Träume muss ich halt auch was tun. Ich muss halt auch mal mich da hinsetzen. Es ist nicht nur alles leichtes Durchdenken und Kreativität, sondern man muss halt auch mal Perioden aushalten, wo es langweilig ist und wo man halt wirklich Disziplin hat und sich durchboxen muss und halt auch seinen Ängsten und seinen Blockaden sich entgegenstellen muss. Und in dem Sinne dann halt auch mal zu sagen, was man sagen muss, damit der Verkauf abgeschlossen wird. Denn was nützen einem alle Skills der Welt, wenn man nicht den Mut hat, im richtigen Moment zu sagen, was man sagen muss, um den Verkauf abzuschließen? Und das vermittle ich den Leuten. Und der Widerstand in den Firmen selber teilweise ist auch natürlich mit Ängsten wieder verbunden. Und da merke ich dann auch die Glaubenssätze halt ein bisschen anders. Da kann ich auch wenig verändern. Wenn ich zum Beispiel einen Sales Director habe, der dann sich bedroht fühlt in seiner Position, weil halt ein Trainer kommt, der hat erstmal zwei Sachen nicht verstanden. Eins, dass Trainer ein absolut anderer Job ist als ein Sales Director und dass er diesen anstrengenden Part gar nicht erst machen will. Das hat er gar nicht gecheckt. Und das Zweite ist, dass die Leute dadurch, dass sie sich bedroht fühlen, dass man dann schon merkt, dass sie eigentlich Blockaden und Ängste haben, und die halt auch zu schlechten Ergebnissen führen. Da merke ich dann sofort, da stimmt was nicht. Aber diese Glaubenssätze sind leider tief verankert und kommen von irgendwem her. Und es ist nicht einfach, damit umzugehen. Und dann sage ich dem Verkaufsdirektor immer, pass auf, ich will deinen Job nicht. Ich will mit dir zusammen was verändern. Und dann auch mit den Chefs sage ich, das ist der richtige Mann. Er ist ein guter Sales Director, aber er ist halt verängstigt, weil sein Team nicht so funktioniert, wie er haben will, weil er keine Zeit hat, die Leute zu trainieren. Weil er muss sich um Controlling kümmern und bezahlen. Er muss sich um die Verkäufe kümmern. Er muss sich um das Große und Ganze kümmern, um die Termine kümmern. Er kann sich nicht noch um die Motivation des Einzelnen kümmern, um das ganze Team und so weiter und so fort. Also jetzt haben Sie ja schon gut beantwortet, im Grunde genommen, wie Sie mit diesen Konfliktsituationen umgehen, indem Sie ganz im Grunde genommen, wie ich sie jetzt erlebe, ganz ehrlich sagen, worum es eigentlich geht und worüber Sie keine Angst oder Bedenken haben müssen. Aber was könnten denn die Auftraggeber im Grunde genommen im Vorfeld tun, damit ihre Trainings zum gewünschten Erfolg führen? Also ich denke mal, ein längeres Briefing und mehrere Briefings sind davon nötig. Also erstmal muss er eine Entscheidung treffen. Wie wichtig ist mir, dass meine Leute bleiben und gut werden? Wie drückt sich das auch in den Zahlen aus? Wir leben in Deutschland, das ist ein Paradies für Arbeiter und deswegen sind sie auch ein bisschen verwöhnt, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Weil nicht jeder kann wirklich gekündigt werden. Ich habe auch in anderen Ländern gearbeitet, wo du jederzeit gekündigt werden kannst. Es hat kein soziales Netz gegeben, Amerika, Türkei. Und da ist es dann halt wirklich knallhart, wenn du deinen Job verlierst, das war es dann. Und das habe ich halt auch mehrmals durchgemacht. Ich habe drei Wirtschaftskrisen mitgekriegt und die habe ich überlebt. Das heißt schon was. Und hier ist es wirklich ein Paradies. Ich verstehe nicht, warum die Leute Probleme haben beim Verkaufen teilweise. Und dann wieder doch, weil sie halt mit diesen Ängsten nicht mehr konfrontiert sind. Wenn sie damit konfrontiert werden, dann sind sie so geschockt und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, dass sie da so diesen Freeze-Moment bekommen, dass sie dann plötzlich so blockieren. Und das passiert natürlich auch in den Unternehmen, wenn sie merken, hey, die hatten eine gute Strategie, alles lief und plötzlich kommt so eine Pandemie oder so in Russland, was sie halt nicht beeinflussen können, so wie bei mir ähnlich damals mit dem militärischen Kuh. Und dann sind sie plötzlich halt vor den Kopf gestoßen und können nicht mehr agieren. Und da ist es ganz wichtig, sie zu reflektieren und dass die Firmen halt sagen, okay, pass auf, ich will mit Leuten eine Familie bilden, die gegen sowas Gefeites, ein Schiff bauen, was so stark ist, dass jede Welle durchbricht. Das machen halt viele nicht mehr. Das war aber früher Deutschlands wirklich beste Eigenschaft, dass sie an ihre Leute geglaubt hat und dass sie zusammen miteinander Firmen wie Siemens, Firmen wie Krupp, Thyssen, Daimler-Benz sind auf diesen Grundprinzipien gebaut worden. Und dann musste sich natürlich Deutschland auch an den Weltmarkt anpassen und Sachen wie Quick and Dirty, High and Fire annehmen. Und das hat aber wirklich zu einem Qualitätsabfall geführt. Und da muss sich wirklich jeder clevere Unternehmer die Frage stellen, ich investiere in meine Leute, suche meine Leute besser aus, also die, die auch wirklich bleiben wollen und wo es sich lohnt zu investieren, die suche ich dann auch aus. Das heißt, A, beim Recruiting sollte schon viel passieren, und B, sollten sie sich Gedanken machen, in wen ich investiere, wie lange und dass das dann auch natürlich was kostet, aber im Endeffekt das Zehnfache wieder zurückbringt, so wie früher auch. Es hat sich nichts geändert, die Menschen haben sich nicht geändert. Das Game hat sich geändert, dieses Spiel hat sich ein bisschen geändert, aber die Menschen sind überall auf der Welt gleich, sie haben dieselben Wünsche und dieselben Ängste. Und hier muss man halt wieder mehr Mut fassen und diese Ängste besiegen lernen. Als Abschlusswort könnte man ja sozusagen mit Ihnen, Yogocho, zurück, back to the roots, rein in den Erfolg, raus aus der Pandemie. Ich fand es sehr beeindruckend, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie da waren und Sie sind immer wieder herzlich willkommen, wiederzukommen. Vielen Dank. Nehme ich gerne an, das Angebot. Vielen Dank. Vielen Dank.